Hey, wie fühlst du dich? Ich fühle mich gut, denn ich fühle mich jetzt endlich inspiriert und habe Lust darauf ein Video zu machen, das scheinbar überfällig ist. Kein Video jetzt zu einer aktuellen Zeitqualität, sondern eher ein didaktisches Video, das die Frage beantworten soll, was es mit diesem Kreis auf sich hat. Denn es wird in den Kommentaren immer wieder gefragt, was ist dieser Kreis, was bedeutet dieser Kreis da herum und so weiter. Und das möchte ich jetzt einfach alle mal klären, sodass es da ein Video gibt, das diesen Kreis erklärt, sodass ich dann zukünftig bei den anderen Videos zu den Zeitqualitäten dann immer sagen kann. Wenn du dich fragst, was es mit diesem Kreis auf sich hat, dann gibt es da ein Video, guck dir das an und dann kannst du das angucken oder eben auch nicht, wenn es dich nicht interessiert, was es mit diesem Kreis auf sich hat. Deswegen, falls es dich nicht interessiert, was es mit dem Kreis auf sich hat, kannst du gleich wieder ausschalten. Das Video zur Uranus-Mond-Konjunktion kommt bald, aber das ist jetzt eben kein Zeitqualitätsvideo. Also, der 90-Grad-Kreis, was geht es da eigentlich? Wenn du ein Astrologie-Programm hast, dann gibt es vielleicht die Möglichkeit, den einzublenden oder eben nicht. Also, bei mir, ich habe das Astrologie-Programm Vision schon immer, deswegen, ich kenne gar keine anderen, aber da geht es eben so, dass man da eben bei den Parametern, was das Formular angeht, einstellen kann, ob man den 90-Grad-Kreis haben mag oder eben nicht. Wenn ich das hier nicht anklicke, das Häkchen, dann habe ich eben einfach den Tierkreis ganz normal, die Positionen der Planeten im Tierkreis ganz normal und außenrum ist nichts. Und wenn ich den anklicke, dann kommt eben ein Kreis drumherum, in dem dann nochmal die Positionen der Planeten im Kreis auf eine andere Art im Außen dargestellt werden. Wie das geht, werde ich gleich erklären. So, das heißt, vielleicht gibt es die Möglichkeit, bei deinem Astrologie-Programm das einzustellen. Vielleicht nicht, das weiß ich nicht. Das hängt dann eben halt vom Programm ab. Vielleicht ist das für dich auch nicht notwendig, diesen 90-Grad-Kreis irgendwie so zu haben. Für mich ist es in dem Sinne notwendig, weil ich, auch da ich bin ein Gewohnheitsmensch offensichtlich, ein starker, ich kenne es eben einfach gar nicht anders. Also ich kenne eben ja noch Zeiten, wo ich mir die astrologischen Grafiken selbst sozusagen, das Horoskop selbst errechnet habe, errechnen musste, weil ich keinen Computer hatte. gab es auch kein Internet und sowas. Das heißt, das hat man halt zur Hand gemacht. Und dann musste das ja übertragen werden auf Papier und da gab es eben halt damals Blöcke. Da war dann eben halt einfach dann die Horoskop-Formular eben halt so weit schon vorgedruckt und dann hat man das dann halt eben alles reinausgerechnet, dann einübertragen, reingemalt und so. Und diese Blöcke hatten schon alle eben auch diesen 90-Grad-Kreis drumherum. Das heißt, der Block, der sah so ähnlich aus wie das hier eben auch, nur dass diese blauen Planeten und die Linien nicht mit dabei waren. Deswegen bin ich mit dem 90-Grad-Kreis groß geworden. Und als ich dann ab und zu dann eben einfach mal ein Horoskop haben wollte, wo ich das ordentlich haben wollte, habe ich mir das dann halt bestellt. So, und das habe ich dann immer bestellt in München bei der hermetischen Truhe. Und die haben das dann eben mit einem Plotter, damals ging das nur mit Plottern, mit Plottern ausgedruckt. Und dann hast du da eben halt so ein farbiges Formular gehabt, also eine farbige Horoskop-Grafik gehabt, einen dicken Karton. Und so, das hat dann, keine Ahnung, 20 Mark oder sowas gekostet. Und die hermetische Truhe, das ist eben halt die Buchhandlung gewesen von den Detlefsons. Und ja, und deswegen ist auch das hier dann das Detlefson-Formular, also das heißt, da nochmal hin zum Formular, da habe ich eben halt das Formular Detlefson. Und nicht eben, was weiß ich, Heinzi oder Kunkel oder so, sondern eben, auch nicht Schmidt, nicht Schmidt 1, 2, 3, auch nicht Vision, 1, 2, 3, 4, 5, sondern eben Detlefson. So, und da ist der 90-Grad-Kreis dann eben so mit dabei. Und so kenne ich das halt einfach von immer schon. Das heißt, in meiner Ausbildung beim Niki wurde auch immer mit dem Programm gearbeitet und auch immer der 90-Grad-Kreis irgendwie mit dabei. Das heißt, ich kenne sie eben eigentlich kaum anders. Und deshalb, da ich so ein Gewohnheitstier bin, schaut es bei mir eben immer so aus. Der hat natürlich auch dann einen Sinn und einen Grund, diesen 90-Grad-Kreis, den hat im Prinzip, wenn ich mich richtig erinnere, Reinhold Ebertin irgendwie entwickelt. Und warum hat er den entwickelt? Weil man darüber eben Halbsummen besonders gut und leicht sehen kann. Wir werden jetzt heute hier nicht durchgehen, was es mit Halbsummen und so auf sich hat. Ich will dir nur kurz erklären, wie dieser 90-Grad-Kreis zustande kommt. Also der Kreis drumherum wird sozusagen in drei Segmente unterteilt. Ups, ja, das ist jetzt irgendwie hier nicht die ruhigste Hand. Ein Segment. Dann habe ich hier nochmal ein Segment. Ups. Künstlerisch jetzt nicht irgendwie die beste Hand momentan, aber gut. Und das dritte Segment ist das hier. So, und diese drei Segmente werden einfach dann halt drumherum gelegt, um die eigentliche Horoskop-Grafik. Und jedes Segment wird sozusagen eben in 30 Grad unterteilt, wie immer in der Astrologie halt entgegen dem Uhrzeigersinn in aller Regel. Das heißt, hier sind 5 Grad, 10 Grad, 15 und so weiter. Und hier eben auch dann 15, bla bla bla. Das heißt, jedes Segment bildet 30 Grad ab. Dieses erste Segment, jetzt in dem Fall grün, das habe ich jetzt, das hat keine Bedeutung, ist es nur so, sind sozusagen die kardinalen Tierkreiszeichen. Muss ich das hinschreiben, kardinal? Ich schreibe es mal hin. Kardinal. Und die kardinalen Tierkreiszeichen sind Witter, Krebs, Waage und Steinbock. Das zweite Segment hier, das hier unten, das sind die sogenannten fixen Tierkreiszeichen. Und die fixen Tierkreiszeichen sind eben Stier, Löwe, Skorpion und Wassermann. Und das dritte Segment hier, das sind die sogenannten labilen Tierkreiszeichen. Und da haben wir eben Zwilling, Jungfrau, Schütze und jetzt wird es hier eng und Fische. Und dementsprechend wird jetzt dann eben einfach das, was ich jetzt hier auf der Seite habe, hier, dass jetzt die Sonne bei, im Tierkreiszeichen Löwe ist, auf 3 Grad 47. Das wird jetzt übertragen in den 90 Grad Kreis hinein. Das heißt, ich habe jetzt dann eben, das jetzt hier größer mache, dieses Segment. Der Löwe ist ein fixes Tierkreiszeichen, also muss es in das orangene Element rein. Und da habe ich jetzt eben einfach hier 1 Grad, 2 Grad, 3 Grad und die Sonne ist eben bei 3,47. Und dann ist es genau hier. Und dadurch habe ich hier jetzt eben die Sonne eingetragen. Eine Löwesonne bei 3,47. Wenn ich dann den Mond nehme, dann habe ich den Mond eben bei 12,27 im Krebs. Krebs ist ein kardinales Tierkreiszeichen. Das heißt, wir sind da eben hier in dem oberen Segment. Und so werden im Prinzip all diese Planetenpositionen einfach in den Tierkreis abgebildet, dass die Sonne eben hier steht bei 3,47. Und gleichzeitig aber eben auch, dass sie dann eben hier steht bei 3,47. Das bedeutet, die Position des Mondes, die wir hier haben, die hat nichts mit dem Tierkreiszeichen hier drunter zu sehen, das wir optisch hier sehen. Das heißt, der Mond steht nicht im Steinbock, die Venus und der Jupiter auch nicht, sondern wir wissen erst mal, dass diese beiden oder diese drei hier in irgendeinem kardinalen Tierkreiszeichen stehen. So, der Mond im kardinalen Tierkreiszeichen Krebs, die Venus eben auch im Krebs und der Jupiter im kardinalen Tierkreiszeichen Widder. Der Pluto, der hier unten dann abgebildet ist, der steht eben im kardinalen Tierkreiszeichen Steinbock bei 27 Grad. Und das sind eben dann hier diese 27 Grad. 5, 10, 15, 20, 25, 26, 27. So, und warum ist das entwickelt worden? Eben damit man eben diese Halbsummen leichter erkennen kann. Und das hat eben einfach was damit zu tun, dass also eine Halbsumme grob jetzt erklärt es eben einfach, dass es das Phänomen gibt, dass eben einfach zwei Planeten haben sozusagen eine Mitte, eine Symmetrieachse, eine Mitte und auf diesen Punkten steht plötzlich ein anderer Planet. Sozusagen zwei nehmen einen anderen Planeten in die Mitte und dann spricht man davon, dass der in die Mitte genommene Planet dann in der Halbsumme der beiden anderen irgendwie steht. Und da gibt es verschiedene Formen der Halbsummen. Das heißt, es gibt direkte, indirekte und die können auf unterschiedlichste Art zustande kommen. Und die direkten sind die, die man einfach auch im Horoskop als solche leicht erkennen kann. Aber die indirekten erkennt man nicht so einfach im Horoskop. Und der Vorteil ist, dass man all diese Halbsummen auf die gleiche Art und Weise in diesem 90 Grad Kreis erkennen kann. Das heißt, im 90 Grad Kreis zeigt sich das immer so, dass eben zwei, jetzt hier zum Beispiel die Venus in der Mitte, dass der Abstand von der Venus zum Jupiter und der Abstand von der Venus zum Mond eben gleich lang ist. Das heißt, die Venus ist in der Halbsumme von Mond und Jupiter. Und hier würde man das jetzt nicht so gleich direkt irgendwie erkennen, so, dass dem so ist. Darauf will ich jetzt aber gar nicht irgendwie näher eingehen. Das ist sozusagen ein Vorteil. Und Ebertin hat ganz viel mit Halbsummen sozusagen gearbeitet. Deswegen hat er sich diesen Kreis ausgedacht, damit es eben schneller erkennbar ist. Ein anderer Vorteil, der eher so aus der praktischen Geschichte kommt, dass man im 90 Grad Kreis eben dann auch, jetzt hat gar nichts mit den Halbsummen zu tun, ganz schnell eben Spannungsaspekte eben einfach sehen kann. Und darüber eben die Genauigkeit der Spannungsaspekte optisch sichtbar wird. Das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel bei Venus Mond und Pluto eben einfach bleiben hier oben, dann sehen wir, dass die eben in den kardinalen Tierkreiszeichen in einem ähnlichen Gradbereich eben einfach sind. Und dadurch hätten die alle in irgendeiner Form entweder eine Konjunktion, eine Opposition oder ein Quadrat. Eins von den dreien wäre sozusagen der Aspekt, weil eben ja hier alle Tierkreiszeichen abgebildet werden, die eben ein Kreuzverhältnis haben, so die kardinalen. Und wie eben dann hier in dem zweiten Segment eben alle Tierkreiszeichen abgebildet werden, die ein Kreuzverhältnis auf der fixen Ebene haben. Und hier wird eben das labile Kreuz abgebildet. Und wenn eben dann alle auf einer oder in einem ähnlichen Gradbereich sind, dann fallen die natürlich hier optisch zusammen. Und dann weiß ich, dass es mindestens eine Konjunktion sein muss, eine Opposition sein muss oder ein Quadrat sein muss. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich weiß, dass es eins von denen ist, vereinfachten Spannungsaspekt. Und das macht es dann natürlich auch erstmal leichter, wenn ich eben selbst damals noch die Horoskope berechnen musste. Dann kommen ja in der Berechnung diese Werte hier zustande. Dann werden diese Geschichten übertragen. Die Sonne wird einmal übertragen in den Tierkreis hinein. Und dann wird die Sonne einmal übertragen in den 90-Grad-Kreis hinein. Und so werden alle Positionen sozusagen abgebildet. Und dann muss ich eben schauen, welche Aspekte gibt es denn da eigentlich. Und da ist es dann hilfreich gewesen zu wissen, hey, hier haben wir auf alle Fälle Spannungsaspekte. Das heißt, dann sehe ich das natürlich hier. Klar, zwischen Sonne und Mond habe ich natürlich eine Konjunktion. Das ist gar keine Frage. Aber ich sehe auch dann ganz schnell, dass der Mond, dass der Jupiter, wenn ich mir den dann hier in der Grafik angucke, natürlich dann einen Quadrat haben muss zu der ganzen Geschichte. Und jetzt sehe ich aber auch dann den Abstand, das heißt, den Orbis dieser Planeten auch optisch. Das heißt, ich muss dann nicht irgendwie hierher gehen und sehen, okay, der Mond ist bei 10 Grad 34 im Krebs. Der Mond ist bei 12 Grad 27. Das heißt, der Abstand zwischen den beiden ist dann 12, 27 minus 10, 34. Das muss ich nicht sozusagen im Kopf errechnen. Oder eben dann der Jupiter steht bei 8 im Widder. Das muss ich nicht errechnen. Das kann ich natürlich alles errechnen, sondern ich sehe das sofort hier gleich, wie das Verhältnis, der Abstand vom Jupiter zu Venus und die Venus zum Mond und so ist. Und das ist dann natürlich irgendwie erstmal eine schnelle Erleichterung, dass ich sozusagen weiß, wie weit die auseinander sind, wann ein Quadrat losgeht, wann es endet oder eben eine Konjunktion oder ich sehe, dass sozusagen hier der Abstand zwischen Aszendent und Sonne hier eben halt dann so gute 3 Grad hat. Und wenn ich das im Spannungsverhältnis, und das Spannungsverhältnis ist, weil ich eben eine Löwesonne habe und einen Wassermann-Aszendent in dem Horoskop dann zur Uranus-Mund-Knoten-Konjunktion, ist es eine Opposition. Um das rauszufinden, muss ich dann, was ich hier auf einen Blick sehe, muss ich hier erstmal gucken, okay, wo ist die Sonne bei 3,47? Wo ist der Uranus? Ach ja, bei 7,11. Und dann muss ich kurz rechnen und dann weiß ich, wie der Abstand ist. Hier wird der Abstand sofort abgebildet, optisch. Ich sehe, dass der Merkur und der Mars eine Konjunktion haben, und zwar eine, die gradgenau ist. Das sehe ich dann hier auch, wenn ich hier gucke, 14,40 Merkur und 14,41 Quadrat haben. Also, dass die einen Spannungsaspekt haben, einen gradgenauen, der sich dann hier über das Quadrat abgebildet. Das sehe ich hier auch, wenn ich dann 14,41 den Merkur nehme und 14,41 den Mars, dann sehe ich das, wie genau das ist. Aber ich muss hier immer erstmal noch so einen Zwischenschritt im Sinne von suchen und dann rechnen. Und hier sehe ich das sofort, wie eben einfach die Spannungsdynamik von Uranus, Mondknoten, Mars und Merkur hier abgebildet werden. Und wie weit der Saturn im Prinzip von der ganzen Geschichte noch weg ist. Der ist gerade rückläufig, das heißt, der bewegt sich in die Richtung und kommt auf den Uranus zu. Das kann ich hier alles optisch mit einem Blick irgendwie erfassen. Deshalb ist es eigentlich ganz hilfreich mit diesem 90-Grad-Kreis, auch jenseits der Halbsummen-Thematik. Oder wenn ich jetzt eben einfach das mit den Transiten sozusagen kombiniere, dann habe ich jetzt eben zwei Horoskope übereinander gelegt. Die roten Planeten sind jetzt die aktuellen von jetzt in diesem Augenblick, nämlich Freitag. Ne, das ist nicht der jetzige Augenblick. Wir aktualisieren die. Jetzt haben wir nämlich Freitag, 1 Uhr, Mittagspause wieder. Und dann sehe ich eben die roten Planeten, die den Augenblick abbilden. Und die blauen Planeten sind eben jetzt dann die von der Uranus-Mond-Knotenkonjunktion. Und da habe ich dann natürlich erstmal ein riesiges Durcheinander. Und auch da, bezogen auf die Schwerpunkte im Sinne von, was ist schwierig, die Spannungsaspekte, kann ich eben sofort dann wieder im 90-Grad-Kreis sehen, wo ich Spannungsfelder habe. Zum jetzigen Augenblick im Vergleich zu dem anderen Horoskop. Sondern dann sehe ich, dass der Mond in diesem Spannungsfeld gerade steht. Das, bla bla bla. So. Das heißt, das erleichtert mir, das ist natürlich jetzt hier alles sehr ähnlich, weil es kein großer Unterschied ist. Aber wenn ich jetzt da, es erleichtert mir, die Spannungsfelder im 90-Grad-Kreis sofort zu entdecken, ohne dass ich hier reingehe. Ich kann das hier leichter sehen und kann dann im Horoskop selbst dann das differenzierter sozusagen betrachten. Ja. Also so. Das ist das, was da sozusagen der Vorteil ist von diesem 90-Grad-Kreis. Mit dem mag man jetzt arbeiten oder nicht. Das ist, ich arbeite halt damit, vor allem, weil ich es nicht anders kenne und weil ich eben die Vorzüge, weil ich für mich Vorzüge dabei entdeckt habe. So. Und deshalb bleibt es eben so. Und ich ändere es auch nicht unbedingt so wahnsinnig gerne, weil das ist vielleicht ein Tipp nochmal für dich, wenn du da ein bisschen mehr mit Astrologie arbeitest. Mein Tipp ist, versuche sozusagen, die Optik der Grafik, die konstant zu halten. Das heißt, find raus, was dir gefällt und wie du die Optik gut findest und dann versuch, dabei irgendwie zu bleiben, weil nur darüber wird dann sozusagen, für dich werden die Unterschiede eines jeden Horoskops einfach dann optisch schneller auch dann sichtbar und spürbar. Bei mir ist es jedenfalls so, dass ich ein Horoskop sehe und das macht sofort was mit mir, einfach nur, weil ich das sehe. Und dieser Effekt geht natürlich verloren, wenn die Grafik jedes Mal anders gewählt wird. Dann ist es ja eh immer anders und dann habe ich natürlich keinen Referenzwert für mich. Und ja, deshalb ist es für mich wichtig, dass wenn ich, ja, dass es eben optisch immer relativ gleich bleibt. So. Ich kann da natürlich immer sagen, jetzt will ich was ganzes Neues und suche mir eine andere Optik, aber dann sollte ich eben da dann relativ lange konstant irgendwie dann mit dieser Optik arbeiten, damit ich die Unterschiede spüren und verarbeiten kann. Die entstehen durch die Unterschiedlichkeit der Horoskope natürlich. So. Also die Unterschiede sollten durch die unterschiedlichen Horoskope sichtbar werden und nicht, weil ich eine andere Grafik benutze jedes Mal. Ich hoffe, ich habe mich verständlich gemacht. Das ist das mit dem 90-Grad-Kreis. Das ist eigentlich nur eine Zusatzinformation, die drumherum gelegt wird und eben diese Planeten beziehen sich nicht hier auf das, was da, also auf den Tierkreis, wie er hier abgebildet ist, sondern die sind sozusagen einfach nur eine andere Abbildung. Kardinale Tierkreiszeichen, fixe Tierkreiszeichen, labile Tierkreiszeichen. Und wenn du möchtest, ist das dann nochmal eine optische Abbildung, ob eben jetzt kardinale Tierkreiszeichen betont sind oder fixe Tierkreiszeichen betont sind oder labile. Da gibt es ja auch Programme, die dann das in so einer Art Grafik oder prozentualer Geschichte irgendwie in Werten abbilden. Hier wird das sozusagen optisch abgewildert. Du siehst eben dann, dass wenn jetzt hier sind einfach überdurchschnittlich vier Planeten in den fixen, in diesem fixen unteren Drittel, dass scheinbar die fixen Tierkreiszeichen betont sind und die kardinalen Tierkreiszeichen betont sind. Und in diesen labilen Tierkreiszeichen haben wir nur den MC und den Neptun. Also das ist sozusagen auch nochmal eine andere Abbildung dann von was steht im Vordergrund, kardinale, fixe oder eben labile Tierkreiszeichen. Für mich ist es also ein hilfreiches Tool und ja, führt aber dann, wenn man das nicht kennen dürfte, das dann zur Verwirrung. Deswegen ist das jetzt einmal erklärt und jetzt kann ich dieses Video immer zu jedem anderen Video verlinken, dass wenn man das dann wissen möchte, da reingucken kann. Das ist der 90 Grad Kreis und die Halbsummen, das ist jetzt hier nicht das Thema, für was er eigentlich entwickelt wurde. Gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video und wie du vermutlich vermutest, hier ist es ja schon angedeutet, Uranus-Mond-Knoten-Konjunktion. Ich habe das Horoskop hier schon vor mir liegen und das ist immer gefährlich, wenn ich irgendwie vorher Zeit habe, mir Gedanken darüber zu machen, da dann irgendwie auf den Punkt zu kommen. Aber das wird's geben. Also das wird unser nächstes Video sein, Uranus-Mond-Knoten-Konjunktion. Bis dann, wir sehen uns. Eine schöne Zeit. Ich habe es jetzt heute am Freitag aufgenommen, deswegen sage ich jetzt mal einfach so, schönes Wochenende, aber wenn du das Video siehst, ist natürlich kein Wochenende mehr. Deswegen eine schöne Zeit. Bis dann. Tschüss.